Guten Tag Leute, es gibt kein Zurück und jetzt kommt das Intro So, da bin ich. Wir sind immer noch im CW Ich glaube, ich habe alles komplett. Achso, ja, ein Bogie oder sowas könnte man noch reißen Den könnte man noch reinnehmen, weil das ist ja Blödsinn, wenn man den jetzt nicht nehmen würde Die eine Truppe, dann passt das schon Und dann will ich loslegen Ja, dann denke ich mal eher den hier Oder, oder oben nochmal, um eventuell CB zu zeigen Aber das ist schon richtig Hardcore Sonst hätte ich gesagt, dass ich wenigstens einen Stern bekomme Aber das ist schon ziemlich Hardcorer Das ist ziemlich krass Alles So Ich muss mal gerade echt überlegen hier Kleiner Moment bitte Genau, gucken Nee, 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 andersrum Wir machen jetzt den CW-Angriff Dass ich hier noch Aber ich meine, hier müsste man auch Oder von hier Dass ich da reingehe Und, aber der hat doch garantiert wieder die Drachen drin Ah, ich gucke mal, ob ich alles habe Ja, ich habe alles Ja, komm, egal Egal, was soll's Was so, oh, 7 und 3 Alter, ich habe ein bisschen eskaliert Muss ich gerade feststellen Aber egal Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Splash Damage Und die Loons gehen gut rein Und dann Ja, klar, logisch Haben wir Ja, kleinen Moment Jetzt hält der Drache sich hoffentlich was länger an den Sachen auf Und dann könnte ich ihn wegzubbeln Ich hoffe es ja mal So, jetzt nochmal Max Loons hinterher Da, ja, scheiße Der Rage war für den Hintern Ja Für den Popo war er Zack Da haben wir noch Wo kriegen wir noch Prozente? Dass wir hier wenigstens noch ein paar Prozentchen mitnehmen Weil das wäre ja jetzt Schade, wenn das nix wird Alter, da hat die Ballons echt noch so weit hingehalten Krass Der Drache Ja, der Drache ist down, immerhin Ey, ey, ey Erzählt mir bitte nicht, dass ich Ja, okay, da ist halt die Luftabwehr noch drin So, wir haben schon mal die 50 Prozent Aber mit dem komme ich ja eh nicht durch Bis dahin Das ist mir auch klar Oh, knallhart noch den King geraged Und jetzt kommt da noch Luna aus der CB Also die hatten auch wirklich In Anführungsstrichen alles gleich Äh Also sprich Immer dieselben Truppen in der CB Aber gut, okay War ja jetzt nicht unbedingt falsch So, jetzt gehen vielleicht die Lackys noch auf die Ja, aber klar Da ist mein Boogie trotzdem down Klar Da, äh Der kann die Bombe nicht auffangen und zurückwerfen Das geht leider noch nicht Das geht dann erst mit dem Upgrade auf Boogie Level 8 Wisst ihr nicht? Kommt aber So, wir haben immerhin einen Stern Ja Und die Gegner Oder nee, wir wissen halt, was da los ist So Äh Jetzt Kommt aber nur Ja klar Kriegen wir hin Ist doch ja kein Thema Ja, es geht halt eben wirklich ums Spenden Das halt, äh Wirklich Hier wieder ein bisschen Luft reinkommt Also ein bisschen positive Luft Nicht die schlechte Luft Alles Ja, kriegen wir auch alles hin Und Dann Ist das okay Ja, was könnte man nehmen Ja, ich nehme wieder gerne Max Luns Und dann Passt das Dann ist das in Ordnung Die hauen wir hier noch rein Und Dann würde ich nämlich gleich gerne Den nächsten Angriff machen Einfach wirklich, dass ich nochmal, wie gesagt Ein paar Luns Raushaue Und dann auch Zeitgleich Ein bisschen Was an An Gold mache Dass ich halt wirklich die Tesla noch hinkriege Das wäre schon ziemlich geil Auf jeden Fall Nee, bin ich nicht Weil mir sonst halt wirklich die Zeit wegrennt Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Stream mit Mit Lichtle dabei bin Dann Würde mir da halt echt die Zeit wegrennen Weil ich mit Dem kleinen Diese Jax gleich noch aufnehmen will So Oh Okay, er greift die 6 an Okay Ah, hier Go La Loon Go La Loon Also sprich Wirklich erst Da und da Fertigmachen Und dann mit La Loon reingehen Wobei ich mir dann vorstellen könnte Gesehen hat Okay, das Ding ist jetzt wirklich down Einwandfrei Einwandfrei Da kann auch der Luftfeger gar nichts mehr reißen Außerdem ist der jetzt auch gleich Ah, sieht sehr gut aus Oh, nice Nice auf jeden Fall Die Queen Die Queen Oder war das der King Nee Nee, nee, nee Das war der King Ah, okay Da habe ich jetzt gerade nicht mehr gesehen Ich glaube, der war schon geraged Einwandfrei Das Ding läuft Er hat noch einen Golem Er läuft auf jeden Fall Easy going Easy going Er hat so Ja, läuft Er könnte jetzt sogar noch schön hier einen Heel droppen Aber braucht er nicht mehr Ist einfach totaler Overkill Läuft auf jeden Fall Richtig geil gemacht Klar Jetzt könnte man natürlich wieder sagen Ja, äh War ja vom dritten auf den sechsten Platz Fakt ist Freestar ist Freestar Passt So Richtig cooler Go La Loon Richtig schön Und cool, wie gesagt Dass er halt den Heel wirklich noch behalten hat Weil, äh Ist nicht nötig gewesen Ist absolut nicht nötig gewesen Und Dann passt das Sehr geiler Angriff von Quantum Live drin So Also der war echt eine coole Geschichte Schön von vorn bis hinten durchkalkuliert Hälfte ist geschafft Ja, sehr gut Super, dann Geht's Los Ja, dann ist hier richtig schön Schön mal CW-Action Das ist cool Zumal, man muss ja Bedenken Wir sind halt nur Zehn Leute Also sprich Die zehn Leute müssen dann auch Halbwegs online sein Und dann Ja, sehr geil Sehr geil Bazooka macht auch Die zwei Klar Bin ich richtig gespannt Alter Die Base wäre mir ja mit Schweinen ein bisschen tricky Weil Das hier kann Aber je nachdem Wo man halt die Schweine Okay Okay Jetzt Jetzt Ja 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 Juhu Aber Problem Problem Es gibt ein Creme Problem Weil wir natürlich Jetzt mit dem King Auch nichts gegen die Loons machen können Der King sehr schnell down gehen könnte Alter, das sieht man echt richtig schlecht Okay, da ist er noch Er ist noch nicht down Die Queen war schnell genug So, und jetzt Schade Tut mir leid Ja Ja Oh Hab ich nicht gesagt Nee, nee Hab ich nicht gesagt Glück gehabt Glück gehabt Dass die nicht Wirklich beide Zeitgleich getroffen haben Weil Die Wahrscheinlichkeit War halt Mega groß Dass hier halt Eben Riesenbomben Action ist Klar Aber Bazooka Nice Nice Wie gesagt Auch ein bisschen Glück gehabt Bin ich der Meinung Aber Hey Genauso kann man sagen Oh, der hatte ja Pech Also von daher Am Ende zählen die Sterne Und die Fallen hier richtig Nice Ding auf jeden Fall Nice Ja klar Das war Das war noch Glück Dass der Magier Da nur Einzel gegangen ist Und Wie gesagt Man muss ja auch bedenken Man denkt sich immer Oh cool Noch so viel Schweine da Noch so viel Schweine da Ihr wisst selber Einmal schöne Springtrap drin Und Also Da fliegen schon mal Dann drei Stück Aber Das ist hier Eine super Sache Und da wird hier jetzt Noch schnell Durchgejackelt Auch wir haben halt An jeder Stelle Noch Irgend Ja klar Logisch Der Magier war Down Aber hier kommen noch mal Die Golems Aber Die Brauchen wir dann auch Gar nicht mehr Die rennen jetzt auch In eine andere Richtung Passt Und jetzt die Huggies Geben noch mal richtig Gas Auf der Datenautobahn Zack Einwandfrei Oh Ihr werdet hier echt Von Von guten Dingern Da verwöhnt Gut gemacht Schick Zwei Three Stars In einem Video Ich war nicht mitbeteiligt Wirklich Die Nicht Nicht so Sagen Naja Das hätte ich ja auch Gekonnt Oder sowas Sondern wirklich Zack Wie gesagt Ich bin wirklich Immer einer Ich suche immer Dieses Oh hier Hab ich Schön gemacht Also ich Muss ich auch sagen Ich fragte noch mal Meine Kollegen War gut Oder War gut So nach dem Motto Ähm Ich bin Schon durch Nein 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 Nicht Ein Großbild Hier Toll Scheiß So Angst Und so Ist da ja Das Soll es dann Gewesen sein Ich wünsche euch was Hört rein Und seid beim nächsten Mal dabei Wenn es euch gefallen hat Haut den Daumen nach oben Da Ciao Ciao